Hallo meine Lieben, ich bin Säuer, lieber Udo. Wir sind zurück bei Disco Elysium. Das letzte Mal haben wir unseren Kim zurückgekriegt, nachdem er die Weiche weggebracht hat. Wir haben mit dem rauchenden Jungen unter dem offenen Hemd geplaudert, ein wenig. Wir haben mit Klaas hier geredet, über das Band, das wir gefunden haben, und die mögliche Vergewaltigung. Und jetzt in between episodes, mir aufgefallen, dass es da hinten noch ein Fenster gab. Ich weiß nicht, ob ich das jemals angeschaut habe, auf jeden Fall gab es eine Perception-Probe. Und das hat uns zu einem Schlüssel geführt. Wir haben einen Schlüssel gekriegt. Und zwar den Spare Key for Workshop. Keine Ahnung, wo dieser Schlüssel passt. Kim meint aber, es könnte da hinten in der Küche passen. Deswegen machen wir das, bevor wir die Hardy Boys mit der Tatsache konfrontieren, dass wir mit Klaas hier über die Vergewaltigung geredet haben. Try the Workshop Key on the door. Yay! Close-Ardig. Eher unwahrscheinlich Inland Empire. Was weißt du schon? Ich drehe mir meinen Wecker wieder auf. Lasst uns reingehen. Oh, the bow connector. Oh, the bow connector. Was weißt du schon, wie das ist. Oh, nicht. Dankeschön. plus 3 auf schivers das ist mächtig ihre nicht schlecht nicht schlecht gut das gemacht haben diese sachen so generator nein das würde ich eigentlich nicht machen nein gibt uns zwar minus 12 konzeption ist während es läuft ja finde ich gut finde ich gut lasst es uns versuchen anlock am abend werden wir karaoke singen sehr gut sehr gut sehr gut schivers habe ich jetzt einen wert von sechs ich habe das noch nie wirklich gebraucht was macht die was überhaupt sind wie gänsehaut oder so irgendwie so quasi dritter sind sechs sind oder so irgendwie wahrscheinlich mal schauen müssen wir mal schauen dann rein mit uns jetzt ja flippe automat ist das oder ja franco nigrarian the theme is horses and swords noch ein flippe automat automat this pinball is white deora the back glass shows a female figure in mourning ok a note in the spare key is tied to the bush outside the corner room window ah interessant den haben wir schon gefunden dadurch sind wir erst da reingekommen wo noch ein flippe automat die pinball machine the pinball machine the pinball machine ooh buch kim ist besonders begeistert davon kim ist besonders begeistert davon huh Hmm. Inspect the paint. Ooh, fancy. Okay, wir spielen einmal. Was ist ein Real? Was ist das schon? Nichts. Interfacing. Wait, what kind of guy was he then? Hmm, a racist mountaineer? Hmm, that is not cool. Technically, the human beings are at the top of the food chain. So, um, hmm. Ich glaube, er mochte ihn nicht. Äh, I'm pretty good at this. Ah, wir machen das gut. Okay. Concentrate and aim for the narrow passage. Yay, wir sind gut. Okay, wir sehen nichts mehr. Danke, Kim. Ich habe mitgekriegt, dass du es nicht magst. Hm, ein bisschen so wie die Welt. Ich habe mitgekriegt. Kim, wir gehen nicht mehr. just watch why do they even make these if it's impossible to win reaction speed oh bad at ball games why do they even make these why do they even make this what wieso kriege ich den zweimal ok wir können eine reaction speed legendary probe machen wir müssten dafür eine 12 würfeln ja was soll schon passieren 11 echt nein ach ja hey 5 real wow fast run your finger across the dust of the white deora machine what's white deora brah haha ha 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 Danke, Enzykio B. Sounds like you don't enjoy Pimble. Oh, ich sehe eine Art Sucht. What about the other one? The Franco-Nigerian Ball. Wanna play that? Let's move on, then. Okay, er mag nichts. Diese Dinge aufmachen. Gehen wir weiter. Login. Not um. What kind of fuck haben wir jetzt? Oh, ein Abenteuer. Hm-mm. Hm-mm. Okay. The elevator was last maintained in the future. Das vorherigen. Ah, Kim, du bist super. I wonder what this elevator was used for. Tja. No risk, no risk. Überleben wir das? Schaut nicht so aus. Small windows taped shut with black plastic. You can't see outside. Okay. Boxes of tools and replacement parts line the shelves. Schematics for pinball machine. Schematics for pinball machine futurism theme. Okay. The pinball machine has been taken apart and cut it. Looks like they gave up on fixing the pinball machines at some point. Okay. Mm-hmm. Okay. Okay. Ja, Wedding in Rex was once the East Delta Pimble Arcade. This is all left over from that. Nein. Could this mean the walling in Rex really is part of the doomed commercial area? Ich sitz? Hm, stimmt. Hm, danke, Logic. Nein, Inland Empire, du bist so bescheuert. Warum habe ich Inland Empire dabei überhaupt? Können wir den bitte zu Hause lassen? Oh, da ist was zu entschauen. Hey! Empathy und Hand-Eye-Coordination. Ein Pimble-Maker's-Code. Finde ich großartig. Ich glaube, den ziehe ich gleich an. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir das Pretty Core und Shivers. Aber Shivers sind wir eh schon gut durch das Ding. Und Empathy ist etwas, was wir eh immer brauchen. Und Hand-Eye-Coordination eigentlich auch. Finde ich gut. Eine bessere Kombination. Die Doom-Tot. Okay. Ah, wir sollten uns vielleicht anschauen, was zu dem Ding dabei steht. Das dusty old coat used to belong to someone called Mr. Knife-Locks. The name is stitched into the silk lining. Smells of moths and ancient engine grease. But fits you perfectly. Strange, lonely emotion fills you when you tighten the belt around your waist. Ooh. Fusserbröcke. Someone's been here within the last week or two. Find ich gut. Hm, möglicherweise war der Täter hier. Okay, what does this mean? Let's have a closer look. Okay. Danke, Virgil Calculus. Hm, this print doesn't look like the old sold print we found at the hanging, Kim. This doesn't look like the worker's boots from the hanging, does it? Okay, what does this mean? Okay, what does this mean? There's a tiny hole in the wall. You see a bedroom on the other side. Ah, da hat jemand Klas hier beobachtet. Ah, da hat jemand Klas hier beobachtet. uh, hush- what were those people doing in there? Sie hatten Sex, nehme ich mal an. So, what's on the other side? Wir wissen, was auf der anderen Seite ist. Der Balkon, wo Klaas hier steht. Unbought the door. Da müssen wir wenigstens nicht mehr diesen Aufzug runternehmen. Okay. Das ist nun, so-called Assault nun, room. Das war da, pointed. Did you know it leads to downstairs Atemwaita? Okay. There's a peephole on the other side looking into your bedroom. There were tracks on the floor. They're recent. An old pinball workshop room back there. This place used to be a pinball arcade. Okay. Das mit dem peephole finde ich gut. Nein. Okay. Could just be a coincidence. It could be connected. We don't know at this point. Alle drei sagen das gleiche aus. Aber doch nicht. Okay. If it is recent, who do you think made it? We must have some idea who might have been interested in making that. There are tracks on the floor. There are tracks on the floor. There are tracks on the floor. Okay. 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 There is a peephole in the wall. God, what if I told you I got the back room behind the blue steel door? Aren't you going to ask me? Why do you want to play? Because I might be up for a game. Why do you want to play? Putting this place into a pinball arcade. Why do you want to play? 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 Ah, electrochemistry. Also, a loser, a loser. Couldn't you keep the hole there? What if there are some autists staying in that room? All right, you've been notified. Ja. God, I is Klausian Room number three Shinn. Sagen wir das sagen? Ist das gut? Schlecht? Ja, I bet you didn't want it to be her. Well, anyway, mystery solved. I don't like those ends. You have Lena. Lena is a good customer. Hm. God, I saw an we were still in the Küche. Okay, there's something else I want to ask about. Goodbye. Okay, meine Freunde. Das war's für heute. Schauen wir uns noch mal ganz kurz an, was wir erledigt haben. Wir haben einiges erledigt jetzt gerade. Return Lena's Pin. The Doopostal. Alles fertig. Wir sind so gut. Wir sind so gut. Wir müssen heute Abend Karaoke singen. Bis dahin, meine Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schnaft und auf was Schönes.